Ich lerne Deutsch. Nummer 2502 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kannst du bei gestrecktem Bein mit den Fingern die Fußspitzen erreichen? Kannst du bei gestrecktem Bein mit den Fingern die Fußspitzen erreichen? Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Ich bin wieder unterwegs zum Shopping und hoffe, noch viele neue Teile kaufen zu können. Ich bin wieder unterwegs zum Shopping und hoffe, noch viele neue Teile kaufen zu können. Heute haben meine Freundin und ich ein Café im Zentrum unserer Stadt eröffnet. Heute haben meine Freundin und ich ein Café im Zentrum unserer Stadt eröffnet. Regelmäßiges Lesen und Verarbeiten neuer Informationen trainieren Gehirn und Gedächtnis optimal. Regelmäßiges Lesen und Verarbeiten neuer Informationen trainieren Gehirn und Gedächtnis optimal. Diesen Teil des heutigen Trainings haben wir gemeinsam erfolgreich absolviert. Das kann ich nicht glauben. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Ziel zu erreichen. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Ziel zu erreichen. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Ziel zu erreichen. Ich bin schon ewig nicht mehr Rollschuh gelaufen. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Ich bin schon ewig nicht mehr Rollschuh gelaufen. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Ich will davon nichts wissen und schaue es mir lieber gar nicht erst an. Ich will davon nichts wissen und schaue es mir lieber gar nicht erst an. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mit diesem Luftballon möchte ich meine Gefühle für dich ausdrücken. Ein Mann bereitet Filterkaffee in seiner Küche zu. Wir möchten noch einmal betonen, dass wir das heutige Spiel gewonnen haben. Du hast hier einen Fehler gemacht. Berechne das noch einmal neu. Du hast hier einen Fehler gemacht. Berechne das noch einmal neu. Du hast hier einen Fehler gemacht. Berechne das noch einmal neu. Der Live-Podcast startet in wenigen Sekunden. Ich schaue in mein Manuskript. Wir sind uns einig. Wir gehen beruflich und privat den gleichen Weg. Wir sind uns einig. Wir gehen beruflich und privat den gleichen Weg. Ich war einkaufen. Mein Mann hat mir seine Kreditkarte gegeben. Ich war einkaufen. Mein Mann hat mir seine Kreditkarte gegeben. Möchtest du dieses Getränk probieren? Es ist erfrischend und schmeckt wie Malzbier. Möchtest du dieses Getränk probieren? Möchtest du dieses Getränk probieren? Es ist erfrischend und schmeckt wie Malzbier. Ich fahre lieber in die andere Richtung. Es gibt dort mehr zu sehen. Ich schwitze. Die Lufttemperatur liegt tagsüber über 30 Grad. Ich schwitze. Die Lufttemperatur liegt tagsüber über 30 Grad. Endlich können wir uns dieses Haus leisten. Wir haben es gestern gekauft. Endlich können wir uns dieses Haus leisten. Wir haben es gestern gekauft. Die Fahrt zum Flughafen dauert etwa 40 Minuten. Auf den Straßen ist heute wenig Verkehr. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Die Fahrt zum Flughafen Die Fahrt zum Flughafen Die Fahrt zum Flughafen Die Fahrt zum Flughafen Vielen Dank.